Adrenalin, Geschwindigkeit und Performance sind zentrale Elemente des Motorsports. Und es sind aber auch Elemente, die die Marke Lamborghini charakterisieren. Lamborghini steht für extremes Design, Hochleistungsmotoren und zukunftsweisenden Leichtbau. Doch die Kunst ist es hier, diese Elemente zusammenzufügen und erfolgreich auf die Straße und die Rennstrecke zu bringen. Man könnte auch sagen, Performing Arts. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Ladies and gentlemen, please welcome the President and CEO of Automobili Lamborghini, Stefan Winkelmann. Buonasera, Buonasera, Benvenuti. Das ist der neue Lamborghini Super Trofeo Stradale. Er entstammt von unserem Markenpokal, dem Lamborghini Blomping Super Trofeo. Er befindet sich in der dritten Saison. Wir haben gerade um zwei Jahre verlängert und was mich besonders freut, wir werden diesen Markenpokal ab dem nächsten Jahr auch in Asien haben. Aber zurück zu dem Fahrzeug. Das Fahrzeug ist rot, deswegen, weil rot die Traditionsfarbe der italienischen Rennfahrzeuge ist. Und als Tribut für die 150 Jahre Feier Italiens werden wir nur 150 Einheiten von diesem Fahrzeug bauen. Es ist ein Fahrzeug, was Rennemotion auf die Straße bringt. Mit einem 5,2 Liter Zehnzylindermotor mit 570 PS, Vierradantrieb und einem Abtrieb, der dreimal so hoch ist wie bei dem Gagliardo LP560-4. Und das alles gepaart mit einem tollen Leistungsgewicht bringt ein sensationelles Handling auf die Straße, was man eigentlich normalerweise nur auf einer Rennstrecke erfahren kann. Meine Damen und Herren, der Lamborghini Gallardo Super Trofeo Stradale. Aber ich habe noch eine weitere Ankündigung zu machen. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass wir im letzten Jahr, also fast vor einem Jahr, fast genau vor einem Jahr, auf dem Pariser Automobilsalon, einen Technologieträger gezeigt haben, den Sesto Elemento. Der Sesto Elemento ist das Fahrzeug, was entsteht, ein Supersportwagen von Lamborghini, wenn man den Designern und den Ingenieuren absolute Freiheit gibt. Es ist ein Paket entstanden von einem extremen Design, von einem Fahrzeug, was 999 Kilo leicht ist. Er hat den gleichen Motor wie der Super Trofeo Stradale hier. Er hat aber ein Leistungsgewicht von sensationellen 1,75 Kilo. Natürlich ist das Handling dementsprechend und die Beschleunigung ist in nur 2,5 Sekunden von 0 auf 100. Wir haben in den letzten Monaten immer mehr Anfragen bekommen, ob wir denn dieses Auto auch bauen werden. Und nun, wir haben uns entschieden, wir werden es bauen in einer Auflage von nur 20 Exemplaren. Und das war es von meiner Seite. Vielen Dank.